Also die Vorbereitungen von Kurox waren wunderbar. Es war sehr anstrengend natürlich, aber die ganzen Situationen oder die ganzen Trainingseinheiten waren super spannend. Es hat Spaß gemacht. Das Ganze habe ich bei Nordgym absolviert. Ab und zu war ich auch noch mal selber im anderen Studio. So wie gesagt, die ganzen Vorbereitungen lief wunderbar. Es war top und ich kann mich nur bedanken dafür. Dankeschön. Moin, hier ist Moritz, einer der beiden Gewinner von der Fitness-Challenge von der Hamburger Morgenpost und Zenem. Kurzes Update von meinem Training. Es waren jetzt ungefähr vier Wochen, die wir trainiert haben. Ich habe viel draußen trainiert, viel mit der Zenem-App und besonders viel bei Adlebo in Bergen auch richtig gut. Ich bin froh, dass es jetzt langsam losgeht. Ich bin ein bisschen aufgeregt, was Samstag angeht, aber freue mich auch. Meine absolute Lieblingsübungen werden auf jeden Fall die War World sein, weil danach ist alles vorbei. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe auf viele freundliche Gesichter und wir sehen uns Samstag. Peace.